Die Anteilnahme ist groß, vom italienischen Ex-Ministerpräsidenten Matteo Renzi bis hin zum Kollegen Giorgio Armani. Die Welt trauert um den italienischen Modedesigner Roberto Cavalli. Laut Angaben seiner Familie starb er am Freitag nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren in Florenz. Nachdem Cavalli schon seit längerem gebrechlich gewesen sei, habe sich sein Gesundheitszustand in den vergangenen Tagen deutlich verschlechtert, hieß es. Cavalli, der vor allem mit Kreationen in Tierfelloptik weltbekannt wurde, galt jahrzehntelang als Liebling des internationalen Jet-Sets. Er wurde 1940 in Florenz geboren und hinterlässt sechs Kinder.